Nice. Nele Wachmann, zuerst mal Gratulation zum Bestplayer. Das Spiel stand lange auf dem Mester Schneide. Wie hast du das gesehen? Ja, es war ein knappes Spiel. Mega. Es hat mega Spass gemacht, zu spielen auf so einem hohen Niveau. Wir mussten einfach Geduld haben. Am Anfang ist keine Irre gefallen. Wir mussten einfach weiter dranbleiben. Am Schluss ging es dann auf. Wie hast du deine eigene Leistung gesehen? Ja, wie gesagt, es hat mega Spass gemacht, zu spielen. Es ist immer einfacher, gute Leistung abliefern. Ich bin einfach voll gegangen. Ich habe Spass gehabt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nach der Woche kommt es am Sonntag zu den Dika Fischer. Wir haben zum Einzug für das Finale Wochenende. Könnt ihr optimistisch schauen, oder? Ja, aber nicht unterschätzen. Wir haben gesehen, dass ich knapp wäre gegen diese. Wir müssen einfach von Anfang an bereit sein und voll gehen. Und das zeigen, was wir können. Und ja, ich bin zuversichtlich, wenn wir das geben, was wir geben können. Okay. Okay.